Hallo zusammen, heute melden wir uns bei euch zurück mit einem kleinen Anleitungsvideo und zwar zu dem Trick. Platsch ist der Trick, wo der Hund sich auf ein Kommando auf die Seite fallen lässt. Ich finde das Platsch ein sehr viel schöneres Wort dafür ist wie Tod, Peng oder ähnliches. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen und funktioniert auf jedes andere Wort ganz genauso gut. Als ersten Schritt nehmt ihr euren Hund mit einem Leckerchen oder dem Hand Target, ich hatte schon mal erklärt warum ich grundsätzlich lieber das Hand Target meine mag, ins Liegen und vom Liegen in die Seitenlage. Das wird belohnt. Wieder zurück ins Liegen und in die Seitenlage. Klasse! Wenn euer Hund das am Anfang nicht so gerne mag, dann müsst ihr das in viel viel kleineren Schritten üben, wie ich es jetzt mit der Bielle musste. Die fand das überhaupt nicht schlimm. Der habe ich einmal mit dem Keks gezeigt, dass sie sich umfallen lassen soll und dann fand sie das total einfach. Wenn das sehr gut funktioniert mit einem Keks, spätestens dann, gehen wir ein bisschen zurück, solltet ihr es ohne einen Keks in der Hand probieren. Tick! Das Liegen bleiben wird zusätzlich belohnt, weil wir aus dem Trick nachher gerne noch etwas anderes machen möchten. Das zeige ich euch ganz zum Schluss. Der erste Schritt war also umfallen. Super! Wenn das sehr gut funktioniert, fangt ihr auch schon an, das Wortsignal einzuführen. Dazu haltet ihr bitte die Hände still. Bielle, warte. Warte. Sagt Platsch und helft dann mit eurer Hand nach. Mit und mit wird der Hund auf Platsch umfallen, bevor ihr überhaupt mit eurer Hand helfen könnt. Dafür bekommt der Hund natürlich einen dicken, fetten Jackpot, denn das ist das, was ihr möchtet. Ihr möchtet, ihr möchtet, dass der Hund, wenn ihr Platsch sagt, einfach auf die Seite fällt. Bis jetzt haben wir das immer noch nur im Liegen probiert. Das heißt, wir sollten jetzt einmal anfangen und aus einer anderen Position heraus probieren. Zum Beispiel aus dem Sitzen. Platsch. Tick! Wenn das nicht direkt so gut funktioniert, dann helft ihr wieder. Das heißt, ihr sagt Platsch, legt den Hund hin, legt ihn auf die Seite und dann gibt es den Keks. Mit und mit wird der Hund dann wieder, wenn ihr Platsch sagt, auch aus dem Sitzen heraus einfach auf die Seite fallen. Neben dem Sitzen gibt es natürlich auch noch das Stehen. Das funktioniert dann ganz genauso. Am Anfang sagt ihr Platsch, helft mit dem hinlegen, dann mit dem umfallen und dann gibt es den Keks. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, wird der Hund auf Platsch, auch aus dem Stehen direkt umfallen. Bielle Platsch. Prima! Wie gesagt, auch das ruhige Liegen wird weiter belohnt, denn als nächstes werde ich mit der Bielle üben, dass ich sie in dieser Position auch hochheben kann und sie lässt dabei die Gliedmaßen hängen, als wäre sie ein schlafender Hund. Bielle Platsch! Prima! Nochmal Platsch! Dafür schiebe ich euch die Bielle jetzt erstmal in Position. fangt ihr an, ganz vorsichtig im Liegen mal eine Hand unter sie drunter zu schieben und diese Hand auch zu bewegen. Tick! Und der Hund sollte möglichst eben nicht aufstehen dabei. Platsch! Ihr könnt ein bisschen helfen. Super! Die Bielle findet es noch ziemlich komisch. Ich streichel sie dann ein bisschen, dass sie sich wieder entspannt. Super! Platsch! Warten! 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 Jawohl! Warten! Ich habe noch ein bisschen Probleme, meine zweite Hand unter sie drunter zu bekommen, weil sie ein bisschen zappelig ist. Sie möchte jetzt hier lieber so eine Art Breakdance aufführen und den Popo gekrabbelt bekommen. Das war jetzt nicht so ganz der Sinn der Geschichte. Sieht natürlich auch extrem lustig aus. War aber nicht das, was wir gerade üben wollten. So ein bisschen kontraproduktiv, dass sie das Gekrabbel da unten drunter so sehr lustig findet. Das macht es mir jetzt etwas schwieriger, ihr klar zu machen, sie soll dann bitte da liegen bleiben. Kannst du noch mal? Und platsch! Bleiben! Warten! Bleib 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 warten! Super! Bleib warten! Bleib warten, bleib, bleib warten, bleib warten, bleib warten. Jawoll, super gemacht, tolle Maus, so tüchtig.